Letzte Woche bei Take-Off, wo man Kenntnisse von der Kandidatin an dem Bereich schon logisch denken? Ich bin so gefühlt! Ich bin so gefühlt! Geo! Amartee hat an einem Wissenschaftslabyrinth getestet und dort hat uns 12 offizielle Kandidaten für das erste Science Challenge aufgeführt. Wie das war für Sie reich den Aufwand von einem weiteren Weg. Willkommen bei Take-Off, der erste Science Challenge Show zu Lützebursch. Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die haben an der Show gepackt. Sie sind die 12-Best von über 150 Kandidaten, die sich gemeldet haben. Und Sie müssen in den nächsten Wochen alles geben, weil ein von Ihnen ist der grosse Gewinner von Take-Off. Und hier wird der Geldpreis von 10'000 Euro gewonnen. Für uns gilt aber, die Kippen zu bilden, weil während der E-Stoff-Fase der Show werden sie als Team schaffen müssen. Die drei Team-Kapitänen, die stehen schon fest. Das waren die drei Besten aus der letzten Sendung. Den Alex für Team Rot, den Jamie für Team Gierl und den Karim für Team Morph. Wenn man den Schluck durchstellt, können wir uns frei rausziehen. Nein, falsch durchstellt. Wir haben das für uns gemacht. An dem Karim-Sing-Equipe kommen Chiara, Mathieu und Demi. Ich liebe meine E-Equipe. Ich liebe die Chiara, ich liebe die Karim, ich liebe die Mathieu, ich liebe die Mathieu. Ich verstehe alles und es geht gut. Ich meine, es geht gut. An dem Jamie-Sing-Equipe kommen den Armin, Tabea und Sonja. Weil ich sie noch nicht so gut kenne, sind sie nicht ganz neutral mit der E-Equipe. Ich hätte mir vielleicht eine Frage ausgewählt, Gierl das nicht so meint. An Dumaat bleiben dann Nicole, Delany und Paulina für den Alex-Equipe komplett zu machen. A lot of us are knowledgeable in different areas, so that it can help come together and be strong. Annelou geht es erst. Weil die E-Equipe, die den ersten Challenge vom Dach gewinnt, qualifiziert sich automatisch für die nächste Runde. Das Thema vom ersten Challenge ist Energie. Und ihr kriegt zwei Flaschen Wasser. Und ihr sollt die Energie vom fleissenden Wasser nutzen, um hier eine Team-Rakete an die Luft zu ziehen. Genau, und dafür hat er ein durchvolles Material auf 50 Minuten Zeit. Und ihr sollt das System bauen, das die Wasserkraft nutzt. Und die E-Equipe, der hier die Rakete am höchsten gezogen hat, gewinnt die nächste Challenge. Ich finde absolut gut, keine Idee, was ich heute machen soll. Es ist im Moment einfach blank. Wart geliebt. Okay, it's in a water-wheel direction. Ich hoffe, die haben auch noch eine Idee, weil ich weiß nicht. Dies sind alle gute Pratt. Da wünschen wir drei Ejlo gute Chance für die neue Challenge. Drei, zwei, eins. Take-off! Ein Kandidat haben alle die Karten an der Hand. Handwerksgeschirr an ein Dach voller Objehen. Dermat müssen sie also ihre Systeme bauen, und können während ihnen 50 Minuten noch so viel testen, wie sie wollen. Dornow geht Kompetition gestartet. An der E-Equipe, die mit nemen 2 Liter Wasser hier am höchsten gezogen hat, gewinnt das ein Challenge, und qualifiziert sich für die nächste Episode. Ich denke an etwas wie das. Mit Plywood. Und das Wasser wird auf dem Wasser flöten. Nächtig an dem Wasser haben wir das Wasser, mit dem die Qualität. Ja. Die D-Riff-Neuss hat eine Idee. Äh, die Lani ist für dich gegangen heute sagen, Idee vielgestalt. Aber I thought this would hit maybe, cause it goes down here, and it's very light. Also, ich hatte die Idee. Weil ich ging ganz oft zu Amsterdam und anschließend noch ganz oft Wasser mitleid. Und am Anfang war halt instant direkt. Weil Wasser, Flasche, die sie liebt, flexibel, auch können ganz auf Ruf gehen. Wasser künnt, das hat dann gedreht. Man muss halt mich groß machen. Ja. Ja. Einfach lösen. Man muss sich für dich schütteln. Ganz kurz meine Idee. Das ist so wie es tut uns. A Windmill. Das ist etwas, was man weiß hat. Ich hatte manchmal nicht so viel Adrenalin. Ich habe mich am Anfang bisschen gestrasst. Man hatte so viele Ideen. Wir müssen mal für dich gucken, welche Ideen wir überhaupt holen. Lass mich mal erklären. Guck, wir machen ein normales Wandmill. Wir schneiden das fünfmal so ein Steck aus. Wo wir dann so um die Stange da pushen. Denn Jamie hat das Wort gesagt, er sollte nämlich Wandmillen an. Und sie hat schon verstehen, dass sie das System auszubauen, den drehen, um die Füße halt abzuholen. Ich meine, sie ist schon ganz gut in A.W. Und wir sind vielleicht fünf Minuten am Challenge dran. Wir haben uns viel geholfen, dass wir so brainstormen auf dieser Tafel. Und dann gucken wir einmal, ob Schieder in der Mutter gehört ist. Und dann probieren wir abzudehnen, ja, den hat das am besten verstehen, den hat das am besten verstehen. Und dann fangen wir so um zu schaffen. Wie kriegt denn der Tafel nicht mehr drin? Weil, es muss man eine Friktion haben. Man eine Friktion. Falls es drei Paddler sind, sind immer 120 Grad dazwischen. Der Tafel, falls es den einen dann... Sollen wir mal hoch aus. Was ist mehr safe für meine Feier aus? Das ist so feier. Feier, feier, feier. Ich schließe, ich meine feier aus, wirklich besser. Ich gehe nicht ein wenig öde dazu. Die Muff, sie ist wirklich ein ganz ausgeklachtes Team. Die Muff, sie können sich eine Idee herabbringen. Und auch sie, sie, noch schon auf die Idee kommen, für ihr Rat zu machen. Vorher schüßt, halt das Rat auch für, dass es wirklich gut drehen und genug Kraft hat, für Traken und Luch zu haben. Ich weiß nicht, wie das zu erklären. Ja, aber wir sind ein Team. Und wir müssen wissen, was zu tun. Ich denke, das größte Problem von unserem roten Team ist, dass wir nicht oft kommunizieren. Wir müssen auch immer angreifen. Die anderen Equipen, die schwarze Nimmel, zum Beispiel. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich verstehe nicht, dass wir in Luxembourg sprechen. Ich verstehe nicht, dass wir in Luxembourg sprechen. Hey, wo soll ich das machen? Hey, wo soll ich das machen? Nein, nein. Nein, nein. Lied sie mal einfach aus dem Wifi, das sehe ich nicht an. Ja, nein. Was ist immer wichtig? Gruppe Abels. Ja, das war. Die drei Equipen haben sich in der Nähe, nur bei einer Idee geändert. Mir nur musste es auch umgesagt gehen. Ich kann immer während der Arbeit ganz kurz über den Markt. Wir probieren so wie ein normales Wasserrad. Das ist auf den Seiten zwei Schäufen. Die wollen nicht im Wasser bleiben, um auf die Seiten zu fallen. Und damit haben wir fünf Flockheiten, die wollen das Wasser dann an einem Rad transportieren. Am Anfang wäre es cool, das Disschen zu bauen, wo die Waffen am Raub können. Wie das im Tisch funktioniert. Es ist ziemlich schwer. Bei Roads gibt es auch einen, der in den Lied wird. Und zwar nicht der Kapitän, sondern Lenny. Sie fanden sich in dieser Episode als allererst. Aber wenn nicht der Kapitän in den Lied überholt, dann ist das auch okay. Die Hauptsache, sie funktionieren als Equip. Mein Name ist Lenny. Ich bin 18 Jahre alt. Und ich gehe zu LTC in Limpersberg. Ich war in London, England. Aber ich bin aus dem Ivory Coast, in Africa. Und es hat 11 Jahre seitdem ich hier bin. Wir leben in einer sehr gefährlichen Nähe. Ich bin in der 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 Nähe. Ich möchte Menschenleben in der gleichen Weise, wie die anderen vorher vorher gemacht haben. Wir wollen eine Runde machen, mit diesen Sachen auf der Seite, damit die Wasser rauskommt. Und es setzt die Pressure. Wir werden die Partie an den Funnel verbinden, damit die Wasser schneller und nicht energie verlieren kann. Wir können eine Mammeloste gekriegt sein. Das ist die Werkstatt. Das sind sie. Seit der Halbzeit habe ich gesehen, dass sie auf einer guten Piste sind. Sie haben alle gut nach nicht getestet. Dass man kein Rad fertig ist. Und dass man beim Tasten merkt, ob es funktioniert oder nicht, geht knapp. Warte mal, Sie! Oh mein Gott! Guck dir Kräser! Wir sind nicht viele Männer, oder? Ich will das sagen! Sie machen ganz offene Maschinen. Aber wenn die nur nicht funktionieren, dann haben sie keine Zeit mehr zu ändern. Absorbeert Holz nicht Wasser! Nee! Nee, 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 nee! Holz schwimmt doch Wasser! Okay, das war's! Wir haben falsch gemacht, wir haben falsch gemacht! Wie hat das? Das ist warm! Wasserkraft geht übrigens seit tausende Jahren von der Menschheit benutzt, für z.B. Müllen und zu dreifen. Aber auch heute spielt Wasserkraft noch eine ganz wichtige Rolle an der Energieproduktion zu Lötzenburg. Genau! Und dafür wollen wir nicht die Schlamotten abfeuern. Und hier, um die Klosbierche, gibt Wasser benutzt, um Strom zu produzieren. Das Wasser ist ganz schön, wie in einem riesigen Basing. Aber Strom gebraucht geht, da geht das Stopp gezogen und das Wasser geht durch riesige Rehe rauf und durchlaufen. Und in einer dieser Rehe sind gewaltige Turbinen, die funktionieren wie Wasserräder. Das heißt, wenn das Wasser durchschläft, dann fangen die Tränen an zu produzieren, so den Strom. Und das Gute aus, das funktioniert in beiden Richtungen. Das heißt, wenn man mehr Strom und Marsch aus, da gibt Wasser auch raufgepumpelt. Das funktioniert also wie ein grosser Akku, den in einem Raum opläuten kann. Schmecken, Ihre Buhre drehen dann in die falsche Richtung. Ah, wirklich? Du musst verpassen. Live-Kandidaten! An zehn Minuten muss Ihre Rakete starten. Okay, Lauf, häng dich, du Schatz! Komm hier raus! Komm hier raus! Komm hier raus! Wir haben hier raus! Wir haben hier raus! Ja, wir haben hier raus! Das ist kein Problem! Das ist wichtig, dass du auch weißt, wo du deine Sachen läufst! Das geht so! Passt du das? Ja, voilà! Das ist perfekt, wie es ist! Was mir auch so gedauert ist, ist, dass man so eine Hevelkraft auf den Dach bringen muss. Und dafür muss man so lange wie man sich pallen machen. Und das hat bei den Roden ganz gut funktioniert. Ja, ja. Ich habe gesagt, take professionales! Wir wissen nicht, ob die Flüsse in der Halle werden. Fünf Minuten. Fünf Minuten nach, Lauf ist es wichtig, dass Schiedere in den Konstruktion auch nach Tast! Wir nehmen noch fünf Minuten! Wir wollen doch nicht einfach probieren! Wir denken, das ist ein Umschuss, dass er nicht geht. Können wir machen! Something is wrong! Hold on! There is too much in the center! Dafür holen wir ja den... Das ist nicht fast genug! Das ist nicht fast genug! Leute! Leute, 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 Leute! Wir machen hin und das ist mir doch scheissegal! Wir schneiden das heute los! Das tut mir nicht mehr sticken zu unserem Plan! Ja, das war so im Moment, wo man so sagt, okay, Mäuelu nach fünf Minuten, wo Mäuelu wirklich nach vorne muss. Ah, das geht ja! Das geht ja! Ja! Die Brennung aus dem Ball nicht mehr auszuhalten! Nach ein Minutes! Ein Minutes! Ich glaube, dass er alle getestet hat. Wir sehen, dass er alle... Inja muss er funktionieren. Er schwingt einen Hut auf. Die sind wirklich gut hierbei. Er ist ja gut gegangen. Wir sehen es. So, die lässt zehn Sekunden! In... Acht... Sieben... Sechs... Für neuf! Für ja! Drei! Zwei! Ehen! Stopp! Hanna und Luth! Stopp! Spannend, dass es ausgesagt, wie wir uns die schönsten wären. Wir haben von der Konstruktion hier aus unserer Flaschland nicht so grad technisch ausgereift, wie die Anna hier. Ich mag, wir haben aber gute Chancen. Sie haben eine andere Konstruktion hier gebaut, aber ich mag, dass wir uns die... Ich mag, die möchte. Ich finde, die Challenge ist echt cool von Anfang. Ich hatte echt viel Spaß. Wir wollen mal probieren, zu testen. Aber die letzten Sekunden waren jetzt gar nicht. Das ist wie eine Spiele-Show während dem Baslerbuss. Scorch, Pasi-Varal, Dinge, wie es gut geht. Also will man natürlich wissen, wie ein Raket am höchsten fliegt. Drei, zwei, und... Take-off! Also, wie ich weiß, was geschaut hat und ich gemerkt habe, dass die Träte nicht gedreht hat. Und da ist mir alles durchgegangen. Das war's. Leider für die andere Kippe ganz klar. Team Road! Ich bin super glücklich, dass unser Team gewonnen hat. Ich muss noch Angst für den Road. Felicitation! Also, Team Road! Die sind sicher am nächsten Tour an für Team Giel. Amour, fährst du dich zu zitteren? Weil ich finde, dass ihr echt verdient werdet, auch bei Take-off, ein Reifersinn. Der Kipp, der den zweiten Challenge verliert, muss nämlich zwei Männern aus einem eigenen Team an den decisiven Duell schicken. Er soll die Road-Equipe nicht gewonnen, wo sie sogar das strategische Vierdele rausziehen zu dürfen, wegen von den zwei Kippen an den Duell muss. Wer sich dafür retten will, muss also Ölo ein Gäller frei klauen. Ne, so einfach ist es leider nicht, Joseph. Weil, als Gelle Frau geht bewahrt von einer Wärmebildkamera die Wärmteenergie von ihrem Körperdetektor. Und die muss noch abspauen, wo man dafür das Kamera unsichtbar geht. Genau, und ob das im Trage ist, darf der so oft probieren wie der Welt. Und die erste Kipp, die nicht gesehen gehen ist, und diesen besser presst, der ist dann einen Rund weiter. So, und ich gebe einfach mal so ein, dass das besser wird. Drei, zwei, und ... Take-off! Wenn auch beim ersten Challenge und als Kandidaten ist, dann dürsche voller Obje die Durchaus-Hölle frei sein können. Und wo Röpour die so bei den Falschpiste bringen. Ganz so einfach soll das nicht sein. So, hier ist Holz, hier ist Holz für unsere Halle. Und dann gebe ich Kartron Heumachen rundherum den Kartron Aluminium-Spoil. Weil ... Okay, kein Aluminium. Ich gebe rundherum den Kartron und gebe ich irgendwie so ... Wieso nicht Aluminium? Weil Aluminium reflektiert. Nicht immer warm, das reflektiert. Ja, und ... Und plus muss die Leute, die nicht kennt ... Ich weiß nicht, wie das ist. Benutze, Benutze! 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 Willst du nicht? Ich gebe dir nur mal so schnell. Wir haben einen oder andere, die wir mehr benutzen können. Wie wenn Männer dann können wir dann ein Stück an so einer Lange spüren, Wir müssen mal nicht die Heulen zusammenbauen, die Heulen zusammenbauen. Nein, dann machen wir einfach mal die Take-off-Dinge nicht. Was soll denn dann Heulen durch die Cuisine, durch die Stoff-Dinge? Als Kind habe ich mit meinen Eltern gespielt. Ja, ja, ja. Das ist was wir machen. Es war Spaß. Und das war eine sehr interessante Herausforderung. Okay, wir sind ja da lang, die diese Idee holen. Die Kandidaten bauen also alle grossen Schutzschuld. Und Tim Jell probiert eine Gäste, die hat Glück. Tötschen können über dem das neue Mod von dem Ganzen, aber sie schüttet, was unser Wärmebildkamera aufhängt. Wir haben Glück, dass die Taube so klein ist. Man muss es nicht so gross bauen. Stopp! Oh, da! Wenn ich die Kacke probiere, komm mal. Los! Hast du dich gesehen? Alles. Sind die Kandidaten von unseren Coachen erwischt worden, müssen sie drei Minuten Strafzeit aufwärten. Ihr dürft sie nicht probieren dürfen. Oder solange, bis sie eine neue Equipe getestet hat. Die Gier-Equipe läuft nicht getestet, aber leider hat sie direkt den Silberpropäer gesehen. Als eine Hypothese, dass das Material nach mir wärm war, weil sie wegen einem Tisch geschafft haben, der von unten von der Lut gehützt hat. Und das ist ein Challenge ganz einfach zu lesen gewesen, wenn sie einfach einen langen Stein geholt hätten und dann die Linz von der Kamera zugeholt hätten. Eine Möglichkeit, also eben irgendetwas zu bauen, was wirklich trotzdem vom Körper aufhält am Kartran, zum Beispiel etwas gut isoliert wird. Dafür schlafen wir in den Kloschern, zum Beispiel auch am Kartran. Wolltest du nicht gehen? Du bist wie klein. Wir haben die Stadt keine Ahnung, weil kein von uns so tief auf der Knie kommt gehen. Wir haben auf der Kamera gesehen, dass der Kopf aus der Stadt am Allerwärmsten ist. Aber wir haben gedacht, vielleicht ist es nur, wenn unsere Konstruktion nicht dick genug ist, dass du nur niemand den Kopf durchguckt. Und dann haben wir nicht gesehen, wenn ich so ein Ding über den Kopf mache. und dann haben wir nicht gesehen. Sie haben mega die Protektions gemacht. Interessant. 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad. Ja, ja. Das ist perfekt. Mal los, mal los, mal los, mal los. Mal los, mal los, mal los. Mal los, mal los, mal einfach los. Faut nicht, die Seiden. Komm zurück da. Es ist eine Reflexion. Es ist eine Reflexion des Lichtes. Natürlich, wenn es Aluminium hält, und es in den Environen mit ganz viel Luft strahlt die Hände aus. Was, wenn wir, in order to hide the Reflexion, we just put toilet paper over? Yes, that works. Cause this is a dull material. It's not, it's fine. Als Wesen halt nie WLAN, den anderen braucht, okay, vielleicht hast du die Haarekippel schon fertig, vielleicht brauchen wir grad viel zu lang. Das ist halt, das ist mega schlimm. Salud, ja, ich weiß nicht. Let's go, Gwyn. Wie gesagt, aus. Okay. Jamie, das bringt Gwyn nicht. Denn Jamie hat mich manchmal ein bisschen panikiert. Ich weiß, ich... das kann eigentlich keinen Wunsch, das fortgehen oder anders. Wir machen alles drauf, wir nicht die gemeiss tun. Ja, okay. So, so... Ich packe einfach alles. Okay, we're not seeing you for now. Keep it slow. Keep it slow. Good, nice. We have time. Say a good pace, that's a good pace. Get a good pace. No need to speed up. I'm squatting all the time. If you want, you can also do brakes. Wait, what is that? Wait, what is that? Die Rote hat nur wirklich spei gepackt. Du hast so kleine Flackümer gesehen, wo dann her nicht mehr passiert. Effektiv hat die Kippe mit Tastin, was hier Konstruktionen los und los auch besser geht, nachdem die Türens Coachen immer mehr schwer geht, sie zu wischen. Für mich ist das eine Eko Schwarz. Ganz, ganz los! Los jetzt! Ich heiße Emily Amor, sie ist 16 Jahre alt und sie ist nicht so ehrlich. Als ich jung war, hatte ich sonst ganz, ganz gerne und dann auch immer Sendungen mit der Mose geguckt. An der Schule ist immer ein bisschen schwer, weil du musst dann immer viel lehren und das kann auch nicht so viel Spaß machen. Wie wenigstens in der TKUV-Show bin ich da noch, die sonst so neu entdeckt, auch in der Schule, mit meinen Eltern und mit zwei Jungbrüdern. Die sind immer hohe Gewicht und ich weiß nicht, ob ich sie verlassen kann. Ich habe sieben Jahre im Theater gefangen am Theater National du Luxembourg und da habe ich meinen Häusern gefunden. Ich war immer ganz, ganz scheu und er hat mich dann auch dazu gefordert, dass ich dann auch mehr mit Leuten sprechen kann, auch viele Leute. Du weinst, sie sind ganz, ganz froh, dass ich an meinem Leben bin. Das ist zu spannend, ich weiß nicht, wo sie da sind. Ganz oben. Das ist wirklich ein Kabber-Kab-Rennen von den Teams. Sie haben alle gute Mengen, ich glaube, eine gute Konstruktion und es gibt alles im Geschenk. Halt mich. Halt mich. Für jetzt gut. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Ich fühle mich wie ein schlechter Guardian. Halt mich. Ich weiß, was zu tun ist, wenn ich gesehen habe. Ich bin fertig für eine gute Frage. Mach genauso weiter. Mach genauso weiter. Mach los, mach los, nicht die Strasse, Tabea. You good, you good. Kannst du gerne eine kleine Pause machen? Gut, dass dir der Brill für Drun noch geputzt ist. Ja. Genauso wie für Drun, genauso wie seit dem Anfang. Gut, Tabea. Ich küsse ich gut. Die Äste von sich und ich immer gebläht mich laut zum Schluss. Soll ich mal ein bisschen rau, ich schlossen hat, ich weiss, was ich mache, ich küsse einfach an die Bildschir. Das ist gut, Tabea. Das ist gut, Tabea. Super. Spannende Moment. Team Giel steuert zielsicher in Richtung Gillefrau. Von allem ein Kandidat von Team Move. Ziedernelohem hier Platz bei Take-off. Ich gucke, ob der Bildschirm hat gesagt, nein. Ich gucke, dein Kartoff hat gesagt, nein. Und ich denke, hoffentlich trillt er Dinge nicht in 2'4 oder irgendetwas. Nach mir. Nach Tabea. Ich kann nicht mehr, Mann. Gut, Tabea. Gut, gut. Ich bin so, so froh. Mein Wetter ist kein Wetter im Moment. Ich bin einfach, ich bin so, so froh. Es war auch extrem intens für uns, auch nur zu gucken. Ich habe gewonnen, wie so wie Tabea an dem Moment gegangen ist. Falls ich rausfliegen, habe ich verloren. Falls ich den Duell gewonnen habe, habe ich trotzdem verloren. Aber falls ich nicht an ein Duell gehen muss, habe ich auch verloren. Ich danke, Dave Love Thualland für den Dessisiven Duell. Zwei Kandidaten aus Team Move müssen nur Ruhe ändern und treten an, dass die schwerer Aufgabe von der Coachin, Lucy und Josef, den ersten Duellisten, a lo zu bestimmen. Ja, die war ein super Team, die hat es super zusammengeschafft. Die hat eine sehr schwere Däzision gemacht und die hat das mega lebt. Wir mussten uns auch entscheiden. Und das war ... ... was auf Dämli gefallen. Ich will nicht sagen, ich muss gehen und reden nicht, was ich nicht will. Wir und Dämli haben das Gesicht, weil wir das Gefühl hatten, dass das nie so richtig eine Lösung hat. Und ein Teamkapitän, Karim, muss laut Dämli sein Geischen oder sein Geischenerin definieren. Geht Chiara mit an den Duell? Geht Mathieu mit an den Duell? Oder ... Karim kann er sich selber definieren? Das ist eine ganz, 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 ganz schwere Däzision. Ich will mich selber auswählen. Ich meine, in der Zeit ist es normal, aber es ist okay. Ich will mich fliegelich, ich selber sakrifieren. Ich will mich selber, für jeden Dämli, den Duell zu machen. Wir werden uns ... ... Chiara. Wir sehen uns zwei genau dieselbe Chance. Wir haben wirklich Angst. Wir zwei sind am Casting-Bund. Jetzt müssen wir gehen und gehen und gehen, egal, wer geschieht. Am Anfang dieses Episodes sind sie schon an dem Gefallen, weil sie geworgen sind, dass sie zusammen eine engere Kippe sind. Jetzt müssen sie am ersten Duell gehen und treten. Demelie und Chiara. Von mir kriegen sie das Händchen. Für erst geht es los, dass das Eis so sehr wie möglich zu schmelzen. An den Echten den Tickrät des Glas bis zur Markierung abzufüllen. Den, der war in die nächste Runde. Behalt, ein Kilo Cup, ein kombiniert Geschenk, verschiedene Materialien für genug Energie zu sammeln, für das zu schmelzen. Okay. Drei, zwei, eins, Take-off! Ich hab Leute geguckt und ich hab keine Ahnung. Soll es Batterien, Ventilator, Mudren oder auch noch Fixspähen? Was bringt das am sehrsten und schmelzen? Das gilt es, nur herauszufinden. Ich hab viele Leute gekannt, wenn ich an den kleinen Dingen mache, die ich gebaut habe. Keine Höhle. Viele Leute gehen, warm gehen und dann alles besser mehr wärmen. Ich war wirklich nicht sicher. In dem Moment habe ich das alles gemacht. Ich hab mich nicht klarer und verstanden, dass man im Saal zu viel besser ergeht. Sie gehen einfach mal auf das, was intuitiv aus dem Tisch feiern. Ich denke, sie werden das schnell machen, dass du mir fix spüren. Du kannst nicht gegen die Masse und Eis und... Am Endeffekt sind nicht die Sachen, die ganz konterintuitiv sind. Wenn sie am weitesten kommen, am sehrsten, teils zum Schmelzen kommen, nehme ich mir einen Ventilator. Da gebe ich mir nicht drauf kommen, weil die Ventilator benutzt, wenn sie aufgekehlt gehen. Wir haben erst den anderen Effekt, dass der Ventilator die ganze Zeit Raumtemperatur, ab Deiss bloß, die Raumtemperatur ist viel mehr wärmer als Deiss selber. Die anderen sagten, dass sie nicht so gut durchstehen, dass es für Mütteren mit zu mischen an Deiss, weil die Mütter die Läden tutzt und sich gut auf. Dafür fühlt sich eine Mütter immer kalt. Wenn sie aufpickt, dann getötzt und mit der Hand aufgelegt, dafür spürt sie sich kalt. Wenn ein Eis dran ist, dann muss der Herr Doeke ganz ausschütten und auch nicht Deiss am Ratschütten. Oder du kannst färden, vielleicht hast du es geschmollt bis zum Schluss. Wenn ein Eis dran ist, dann wird nicht gezählt. Ich hatte nicht das Problem, dass irgendwen ein Eisstück man draufgeschüttet hat und gepresst, weil ohne Drei ist das wirklich schwer, Dinge zu treffen. Und dann habe ich gesagt, dass ich mich halt raus soll. Ich nehme noch ein Mini-Stück ein, wo ich alles rausschüttelte, und alles ist wegschüttelte. Das war wirklich so. Ja. Chiara, heute ist ein Dual gewonnen. Natürlich bin ich so ganz froh, dass ich weitersehen möchte. Ich bin ganz froh, dass Deemeli raus ist, weil es mir auch sehr gut hat. Und es ist nicht schön, dass wir zwischen uns zwei Leute die Entscheidung waren, wie wir gehen müssen. Natürlich, nein, ich bin sehr froh. Das ist so kompliziert, weil ich bin richtig froh für die Kerre. Und ich bin ganz ehrlich, an dem Moment, ich bin einfach so, Gott sei Dank, du bist ein Duell fertig. Du kannst einfach, oh mein Gott. Das war wirklich, wirklich stressig. Ich bin wirklich froh, und natürlich sind wir nicht mit mir. Du weißt nicht mehr. Wie Tabea immer sieht, und ich bin ganz froh, dass alles für eine Grunde passiert. Das sind die grossen Emotionen von Kandidaten, die noch so kurze Zeit schon so ohne Neue geschwäst sind. Aber leider muss man dann mit Emily, die Sohn, Chiara, in der nächsten Runde, in der nächsten Runde. Und hier ist es für ihr. Ich lasse schon ein kleines Avantgut und da werde ich die nächste Keuer aufwärt, bei Take-Off der Science Challenge. Hallo. Das ist schon sehr freundlich. Du musst dazu ein Geldsteck holen. Geld. Gut, die sind doch nicht verstanden. Red. Perfekt. Das ist immer so wichtig. Das ist immer so wichtig. Der Deutsche kommt halt auch nicht. Die Küche. Die Küche. Oh nein, nicht nur daran. Ich habe das aufgelärt. Ja. Da fang ich mich. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe ja, du wirst mich schwer beschweren. Hup! Take-Off! Eine gemeinsame Initiativ von der André Lochefondation an dem Fonds National de la Recherche.